Heute bei Berge im Porträt, Teil 2 des Großglockners. Was macht den Großglockner in den Ostalpen eigentlich so einzigartig? Welche Routen haben es zu den wichtigsten Touren der gesamten Region geschafft? Und was ist eigentlich die große Schattenseite der außergewöhnlichen Berühmtheit? Letzte Woche im ersten Teil sind wir der Frage nachgegangen, wie es eigentlich zur Entdeckung und den ersten Besteigungen am Großglockner kam. Vor allem aber haben wir uns mit dem Thema des Adels beschäftigt und welche Einflüsse dieser auf die Geschichte des Großglockners hatte. Heute hingegen schauen wir uns vor allem die nähere Vergangenheit an, mit der wir selber schon eher etwas anfangen können. Aber vor allem schauen wir uns den Großglockner heute an. Denn ja, tatsächlich, selbst wenn sich der Berg nicht verändert, das Drumherum hat es durchaus getan. Nach den zwei Weltkriegen nahm das Interesse an den Bergen bei der Bevölkerung zu. Wie das in jedem Land so ist, kennen viele den höchsten Berg ihres eigenen Landes, sodass sich der Name Großglockner unter den Bergsteigern ganz von allein sehr schnell verbreiten konnte. Außerdem begann nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Zeit der bildlichen Literatur, was die Berge betrifft. Soll heißen, dass es immer mehr Bilder, immer mehr Informationen und immer mehr Routenbeschreibungen zum Großglockner auch in Regionen fernab der hohen Tauern zu kaufen gab. Und wir erinnern uns, vor dem Ersten Weltkrieg doch war Heiligenblut und auch Kals schon wahre Hotspots für die Besteigung des Großglockners. Der von Julius Peier entdeckte Weg, der alte Kalserweg, galt als eine beliebte und vor allem technisch nicht zu komplexe Art der Besteigung. Und auch die Nicht-Bergsteiger bekamen am Großglockner ungewöhnlich schnell etwas geboten. Denn der Bau der berühmten Großglockner-Hochalpenstraße begann bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. So konnten viele Familien einen kleinen innerösterreichischen Urlaub am Fuße des Großglockners machen. Denn die Hochalpenstraße führt an den Ausläufe der Pasterze, wo die Kaiser Franz Josefshöhe steht. Hier genießt man heute einen einwandfreien Blick auf die Pasterze und den Großglockner und auch manche Aufstiegswege. Hier entstehen also die Glockner-Besteiger von morgen. Und auch die Hitteninfrastruktur trägt ihren Teil dazu bei. Die Stüttelhütte ist heute eine hochmoderne und sehr große Berghütte und ist mit dem Lugnerhaus und auch der Erzherzog-Johanhütte weiter oben auf dem Berg nicht ansatzweise allein. Und dann kommt da natürlich noch die Tradition des Bergführens dazu. Denn schon letztes Mal habe ich euch erzählt, dass der Kaufmann Stüttel großes Interesse an der Organisation von Bergführern hatte. Die Kaiser Bergführer, wie sie heute tatsächlich heißen, haben sich unter diesem Motto weiterentwickelt. Sie wurden, wie es für Bergführer nicht unbedingt üblich ist, zu einer Organisation, die sich voll und ganz auf einen Berg konzentriert. Der Großglockner hatte damit nicht nur auf einen Schlag viele Bergführer, sondern vor allem unfassbar viele Bergführer exklusiv am Großglockner. Und eines Tages kam dann letztlich auch die Werbeindustrie und vor allem das Internet dazu und verpasste den Kalser Bergführern und dem Großglockner die Aufmerksamkeit, die notwendig war, um selbigen zu dem zu machen, was er heute ist. Doch was ist er eigentlich heute? Also so richtig heute heute sprechen wir erstmal über das schwierigste Thema, den Klimawandel. Denn der Großglockner dient in Österreich als das Paradebeispiel für die rasante Erderwärmung und die katastrophalen Folgen für die Natur. Die Franz-Josephs-Höhe wurde bei der Errichtung nicht zufällig an Ort und Stelle gebaut. Sie wurde an den Rand, also den Ausläufer der Pasterze gebaut. Schaut man sich heute Bilder, aufgenommen von der Franz-Josephs-Höhe in Richtung Pasterze an, dann ist diese Vorstellung so absurd, dass man sie sich kaum vorstellen kann. Und nicht nur der ehemals gigantische Gletscher belegt das Problem so deutlich. Machen wir einen Ausflug auf die andere Seite des Glockners, die Westseite. Denn hier befindet sich der alte Kalserweg. Dieser führt vom Lucknerhaus über die Stüdelhütte, das Köthenitzkäs, zur Erzherzog-Johanhütte. Bis vor wenigen Jahren war das der klassische Anstieg, der Normalweg. Doch seit ein paar Jahren steht in allen Tourguides und Führern zum Großglockner Normalweg, dass der Weg steinschlaggefährdet ist. Und in der Tat, das ist definitiv der Fall. Doch das stand nicht immer in diesen Einträgen. Das Glocknerleitl und das Köthenitzkäs waren vor vielen hundert Jahren fast unzertrennlich. Doch dann löste sich das Nährgebiet als eigenständiger Gletscher ab und das Leitl verkam zum steilen Eisfeld. Der Köthenitzgletscher schrumpfte aber weiter. Denn die Westexposition, viele trockene Winter und wärmere Sommer später, legte das Köthenitzkäs den Schiefer des Großglockners langsam aber sicher frei. Ein Todesurteil für den Normalweg, wie sich später herausstellen sollte. Denn das Schiefergestein unter den steilen Wänden oberhalb des Köthenitzkäs ist nicht so stabil wie die Eismassen Jahrzehnte davor. So kommt es heute täglich zu kleinen, aber manchmal auch größeren Steinschlägen und größeren Felsstürzen. Diese machen den Normalweg heute zu einem gefährlicheren Unterfangen, gerade im späten Sommer. Und nicht nur die Wände unter dem Leitl schießen nach Bergsteigern. Auch über dem Glocknerleitl wurde es Jahr für Jahr ungemütlicher. Denn hier entstand durch die hohen Temperaturen das genau gleiche Problem. Und das Glocknerleitl ist so steil, dass Steine eben nicht einfach liegen bleiben. So musste man sich 2020 letztlich dazu aufraffen, einen neuen Normalweg zu finden. Zumindest der Teil ab dem Glocknerleitl, der nicht umgangen werden kann. Der musste eben einen neuen Weg kriegen, der heute über den Südostgrad verläuft. Mit einem alten Bekannten, den Eisenstangen. Denn die sind wohlmöglich das berühmteste Bild des Großglockners. Die Eisenstangen. Diese sind nämlich als Kompromiss eingebohrt worden. Kein Klettersteig, um den Großglockner nicht lächerlich und entwertend hinzustellen. Aber auch nicht komplett ungesichert, damit Bergführer unerfahrene Bergsteiger möglichst sicher auf den Gipfel bringen können. Diese Eisenstangen werden oftmals als nützliche Hilfe gesehen. Und das sind sie definitiv für alle Bergsteiger am Großglockner. Aber eigentlich haben sie eine andere Aufgabe. Man sollte diese paar Stangen am Großglockner nicht in ihrer Bedeutung unterschätzen. Denn der Großglockner ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Region. Sodass Veränderungen und Eingriffe am Berg sehr genau überlegt sein müssen. Denn sie beeinflussen letztlich alles. Deshalb gibt es am Großglockner keinen Klettersteig. Damit wäre der Berg zu leicht. Niemand bräuchte noch einen Bergführer, um den höchsten Punkt Österreichs wirklich zu erreichen. Die Gefahren und subjektiven Ängste werden nämlich aus dem Weg geräumt. Keine Stangen sind aber auch keine Lösung. Denn irgendwie müssen Gäste gesichert werden. Und dafür sind diese Stangen am schmalen Grad bei schnellem Fortkommen perfekt geeignet. Langsame Sicherungsketten braucht es nicht. Die Reibung der Stangen reicht aus, um am straffen Seil Ausrutscher und deren Konsequenzen zu verhindern. Gibt es keine Stangen, gäbe es keine Möglichkeit, so effizient so viele Menschen auf den Glockner raufzuführen. Der Großglockner und seine Absicherungen leben also maßgeblich von der Frage, wie man diesen Berg bestmöglich zur Goldgrube machen kann. Natürlich haben diese Sicherungen für alle einen Vorteil und nicht nur für Bergführer. Aber die Glocknerwand, der ebenfalls sehr anspruchsvolle Nachbargipfel, hat solche Stangen nicht. Das Argument, dass es also nur um die Sicherheit geht, zählt also nicht wirklich. Was uns letztlich auch zum größten Problem des Großglockners bringt. Seinen Besucher. Denn, dass der Berg überlaufen ist, das wäre wohl die größte Untertreibung überhaupt. An Spitzentagen stehen bis zu 250 Personen am Gipfel und das bei einem Gipfelgrad, der stellenweise nur einspurig ist. Der Stau ist damit mehr als nur vorprogrammiert. Anfeindungen, Streitereien, Stress, Druck und Beschimpfungen sind am Glockner auf der Tagesordnung. Ruhige Tage hat man höchstens bei schlechtem Wetter oder abseits der Saison. Und das hat einen einfachen Grund. Die Routen. Die Routen auf den Großglockner sind spannend. Es gibt mehrere teilweise extrem schwere und gefährliche Routen durch die berüchtigte Nordwand. Unter anderem die Pallavicini-Rinne. Aber auch die Meierlrampe. Oder die Aschenbrennerroute. Auch gibt es den absolut berühmten Stüdelgrad. Eine exponierte, leichte Kletterei über mehrere Stunden und sehr schöne Eindrücke. Außerdem gibt es dann noch den Nordwestgrad, welcher von verschiedenen Routen aus erreicht werden kann. Und dann natürlich noch den Normalweg. Und all diese Wege haben eine Gemeinsamkeit. Im Prinzip gibt es keinen anderen Abstieg als den Normalweg über den Kleinglockner. Egal wohin man unter dem Leitel geht. Vom Gipfel bis zum Leitel haben alle die gleiche Strecke vor sich. Und das ist im Trubel der Bergführer und Seilschaften ein Problem. Der Großglockner bietet wohl noch viel, unfassbar viel, was man über ihn wissen kann. Die Menschen am Stammtisch in Karls im ein oder anderen Lokal haben unfassbar viel Wissen und geschichtliche Ahnung, was den Glockner betrifft. Die Details sind teilweise wirklich faszinierend. Gleichzeitig ist er auch, was den Anspruch betrifft, entweder relativ moderat oder auch absolut lebensgefährlich. Aber ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal hat der Glockner definitiv. Kein Berg wird so stark durch geführte Touren entschärft wie der Großglockner. Den Berg selbst auf dem Normalweg zu besteigen ist eine Herausforderung und benötigt, zumindest über den alten Normalweg, Gletschererfahrung, Geschwindigkeit, Klettererfahrung und Trittsicherheit. Und auch bei gefrorenem Eis und steilem Firn. Das ist nicht ohne. Doch ein Bergführer am Glockner kann durch die Wegfindung und die vielen Absicherungsmöglichkeiten fast all diese Herausforderungen und vor allem die Gefahren teilweise gänzlich entschärfen. Auf nur ganz wenigen Bergen gibt es so einen großen Unterschied zwischen dem alpinistischen und dem touristischen Aufstieg. Das macht den Großglockner letztlich wirklich einzigartig. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, der Großglockner ist und bleibt einer der schönsten Berge Österreichs. Zumindest, wenn man die Umstände außen vor lassen kann. Wenn euch die Serie Berge im Porträt, aber auch die anderen Videos gefallen, freut es mich natürlich wirklich, wenn ihr das Projekt Alpen Academy mit einem kleinen Kaffee unterstützen würdet. Ihr findet alle Informationen dazu hier eingeblendet. Das hilft mir dabei, die Videos so in diesem Stil weiter produzieren zu können. Ich danke euch herzlich. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.